Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk wollten 60 Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen Elon Musk finanziell schaden und zerstören. Twitter beenden und haben gegen Musk gehetzt. Doch da hört es nicht auf, denn sie pflegen ebenfalls Verbindungen zur deutschen Regierung. Alle Details dazu im Video. Ende 2022 schrieb die Tagesschau, dass der Milliardär Musk den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch gekauft hat. Der Kaufpreis lag laut Twitter bei 44 Milliarden US-Dollar. Mehrere Topmanager mussten wohl bereits gehen, das wird gleich nochmal interessant. Auf seinem eigenen Twitter-Account hatte Musk die Übernahme nur indirekt bestätigt, der Vogel ist befreit, schrieb er. Was Elon Musk mit Twitter vorhat und warum er Twitter gekauft hat und später umbenannt hat, hatte ich schon in mehreren Videos auf meinem Kanal erörtert. Such einfach auf dem Kanal nach Elon Musk. Und einen Monat später, nachdem Elon Musk Twitter gekauft hatte, wurde von 60 Organisationen ein offener Brief an 21 Unternehmen verfasst, die vermutlich über eine insgesamte Marktkapitalisierung von 8 bis 9 Billionen Dollar verfügen. Doch bevor wir darauf eingehen, wie verdient Twitter nun Geld? Einmal durch Werbung 2021 kamen ca. 89% der Einnahmen von Twitter aus dem Bereich der Werbedienste, wie Einnahmen aus beworbenen Anzeigen und so weiter. Ein Teil dieser Werbeprodukte kann auch auf Webseiten und Apps von Drittanbietern angezeigt werden. Und seit kurzem ebenfalls Twitter Blue. Dann hat Twitter noch die Datenlizenzierung. Etwa 11% der Einnahmen von Twitter stammen aus Datenlizenzierung und Diensten. Das beinhaltet Einnahmen aus Abonnementgebühren von Softwareentwicklern und anderen Unternehmen, die Zugang zu demografischen und historischen Nutzer-Trends wünschen. Diese Daten werden von Twitter lizenziert und ermöglichen es anderen Unternehmen, wertvolle Einblicke in die Twitter-Nutzerbasis zu gewinnen. Und das wird vermutlich über die API-Nutzung geschehen, wie es auch das CDF und Jan Böhmermann gemacht haben mit ihrer einseitigen Studie. Und nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk wurde durch 60 Organisationen ein Brief an große Unternehmen geschickt, die du hier sehen kannst, die ca. 8 bis 9 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung haben. Und diese 60 Organisationen haben gegen Elon Musk gehetzt und meinten, Elon Musks Übernahme von Twitter ging mit seinem Versprechen an Werbetreibende wie ihnen einher, dass das soziale Netzwerk nicht zu einem Freiheitsschreckensszenario werden und warm und einladend für alle bleiben würde. Aber seien sie gewarnt, Musks Versprechen spiegeln in keiner Weise seine Pläne für Twitter wieder, noch sind sie eine Reflexion der sich ständig wandelnden Realität der Plattform. Während sie sich unter Musks Leitung von Minute zu Minute verändert, wenn Elon Musk auch nur einen Bruchteil dessen umsetzt, wozu er sich bereits verpflichtet hat, wird Twitter weder ein sicherer Ort für Marken sein, noch sein können. Dringendes Handeln der Werbetreibenden ist erforderlich. Und hier hetzen sie gegen Musk und wollen ihm finanziell schaden. Sie prangerten Meinungsfreiheit und die Entlassung mehrerer Top-Führungskräfte von Twitter an. Einige von denen sind durch die Twitter-Files bekannt geworden, wie sie mit der Polizei zusammengearbeitet haben und Andersdenkende zensiert haben. Und als Begründung geben die 60 Organisationen an, dass nach 24 Stunden nach Musks Übernahme es eine Veränderung gab, die ihnen nicht gefallen hat und haben auch unternehmerische Entscheidungen von Elon Musk im Grunde genommen kritisiert, um eine Reaktion letztlich der 21 Unternehmen zu erhalten. Daher schrieben sie, ihre Unternehmen gehören zu den 20 größten Werbetreibenden von Twitter in den USA und investieren jedes Jahr hunderte von Millionen Dollar. Ihre Haltung und Reaktion, also Haltung waren auf Musks Pläne, in diesem Moment sind für ihre Marken wichtig. Wir, die unterzeichnenden Organisationen, fordern sie auf, Musk zu benachrichten und öffentlich zu erklären, dass sie jegliche Werbung auf Twitter weltweit einstellen werden, wenn er seine Pläne zur Unterminierung der Markensicherheit und Gemeinschaftsstandards umsetzt. Einschließlich der Beschneidung der Inhaltsmoderation. Was im Grunde genommen bedeutet, dass vorher ungeliebte Personen oder Inhalte zensiert oder deren Reichweite reduziert wurde und laut ihnen aktuell das nicht der Fall ist. Dies bedeutet, so schreiben sie weiter, dass Musk die bereits vorhandenen Grundregeln der Moderation auf Twitter nicht rückgängig machen und sich verpflichten muss, diese Regeln tatsächlich durchzusetzen. Und unter den Organisationen, die Jagd auf Elon Musk gemacht haben, befindet sich auch diese hier, die gleich noch interessant wird und auch Verbindungen nach Deutschland und nach Österreich hat und dort auch das Meinungsbild sehr stark beeinflusst. Als Ergebnis investieren mehr als die Hälfte der Top 1000 Werbetreibenden von Twitter nicht mehr auf der Plattform. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, wie weitreichend der Exodus der Werbetreibenden nach der Übernahme des Unternehmens durch Elon Musk war, so schreiben sie, Lautschätzungen von Pathmatic basierend auf Daten bis zum 25. Januar 2023 hatten etwa 625 der Top 1000 Twitter Werbetreibenden, darunter große Marken wie Coca-Cola, die auch angeschrieben wurden, Unilever, Jeep, Wells Fargo und Merck, ihre Werbeausgaben bis Januar zurückgezogen, also genau die, die von den 60 Organisationen auch angeschrieben wurden. Auch Wells Fargo gab an, seine bezahlte Werbung auf Twitter pausiert zu haben, nutzt die Plattform jedoch weiterhin als soziales Medium, um mit Kunden in Kontakt zu treten. Doch trotz der Jagd auf Elon Musk konnten wir bei Twitter sehen, dass die Marktkapitalisierung gestiegen ist. Bei Übernahme Twitters von Elon Musk lag die Marktkapitalisierung Twitters bei ungefähr 38 Milliarden und aktuell bei 41 Milliarden. Und die Organisation, mit der sich Elon Musk jetzt angelegt hat, ist diese hier. Und wer sind die? Das ist eine amerikanische Organisation mit Sitz in New York, die auch sehr enge Beziehungen zu Deutschland und Österreich hat. So soll 2008 veröffentlicht worden sein, dass das Bundesinnenministerium und die Organisation weiterhin in fester Verbundenheit zusammenarbeiten. Der Link ist aber nicht mehr abrufbar, da das BMI alle Informationen vor 2021 nicht mehr auf der Webseite aufführt. Es gibt noch eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, wo der Verfasser unkenntlich gemacht wurde. Dort können wir lesen, am 19. Oktober 2006 empfing der damalige Bundesinnenminister Schäuble von der CDU eine Delegation dieser Organisation. Wir können sehen, dass diese Organisation eine Kontaktperson in der Bundeszentrale für politische Bildung erhalten hat. Und im Grunde genommen sind sie bereits seit 1994 in Deutschland aktiv, vielleicht sogar schon vorher, wie wir das auch hier sehen können und auf der Webseite. In Österreich gibt es im Auftrag des Bundesinnenministeriums spezielle Trainings für Polizisten. Also eine Organisation, die nicht nur Einfluss auf die Wirtschaft, sondern auch auf Staaten und Regierungen nimmt, ähnlich eines bekannten Forums der Wirtschaft. Und diese Organisation hat solch einen Einfluss, dass sie ebenfalls verhindern wollte, dass Elon Musk das Konto des ehemaligen Präsidenten der USA auf Twitter wieder aktivierte. Und Musk ist die Vorgehensweise dieser Organisation bewusst. Denn er meinte, dass sie seit der Übernahme von Twitter der Plattform Schaden zufügen wollten und dass hier auch eine einschlägige Verbindung zur deutschen Organisation besteht, können wir hier sehen. Musk schreibt weiter, unsere Werbeeinnahmen in den USA sind immer noch um 60% gesunken, hauptsächlich aufgrund des Drucks auf Werbetreibende durch diese Organisation. Das ist, so schreibt Musk weiter, was uns die Werbetreibenden sagen. Also diese Organisation übt Druck auf diese Unternehmen auf. Das heißt, wenn sie nicht mitmachen, werden sie wahrscheinlich in den Fokus dieser Organisation geraten. Und laut Musk haben sie es also fast geschafft, X- bzw. Twitter zu zerstören. Daher sagt er weiter, Werbekunden meiden Kontroversen, daher reicht es für diese Organisation aus, unsere Werbeeinnahmen in den USA und Europa zu schädigen, indem sie unbegründete Anschuldigungen erhebt. In Asien haben sie deutlich weniger Einfluss, daher bleiben unsere Werbeeinnahmen dort weiterhin stark. Diese Kontroverse führt dazu, dass Werbetreibende eine Pause einlegen, sagt er, Aber diese Pause ist dauerhaft, bis diese Organisation wieder grünes Licht gibt, was sie nicht tun werden. Es sei denn, wir stimmen zu, jedes Konto, das ihnen nicht gefällt, heimlich zu suspendieren oder zu shadowbannen. Und das zeigt deutlich, wie stark der Einfluss solcher Organisationen ist, um Meinungen zu verbieten bzw. die Meinungsmache zu beeinflussen. Musk sagt weiter, das ist die Beziehung, die sie seit vielen Jahren mit X bzw. Twitter haben. Wahrscheinlich haben sie diese Beziehung auch zu allen westlichen Such- und Social Media Organisationen. Das beinhaltet natürlich auch Google, Facebook und so weiter. Das heißt, diese Organisationen und auch andere Organisationen, mit denen sie Kontakte in Deutschland haben, haben vermutlich einen viel, viel größeren Einfluss auf Unternehmen, als viele sich das vorstellen können. Und dadurch wurden und auch werden Andersdenkende, andere Meinungen und so weiter reduziert, zensiert oder geschadowbend und so weiter. Und deshalb will Elon Musk diese nun verklagen. Er meinte, dass er gezwungen sein würde, diese Organisation wegen Verleumdung zu verklagen und bot ebenfalls einem ehemaligen Moderator von Fox News an, sich seiner Klage anzuschließen. Denn der Moderator, der durch Fox News entlassen wurde, attackierte den Direktor, diese Organisation dafür, Geld anzunehmen, um Menschen zu verleumden. Wie wir das ja bei Twitter jetzt sehen können. Und meinte, wenn sie einen Feind haben, besteht eine gute Chance, dass sie mit einem ausreichend großen Scheck diese Person dazu bringen können, andere Personen im Fernsehen zu verunglümpfen und wir sind ziemlich sicher, dass so etwas auch bei uns passiert ist. Wie bitte, diese Organisation soll Geld angenommen haben, um andere zu verleumden, um deren Ruf zu schädigen? Und Elon Musk hat auch Folgendes in einem weiteren Tweet dargestellt. Und sagt, er sieht sich nun gezwungen, gegen diese Organisation vorzugehen und schreibt selbst, welch Ironie. Und daraufhin hat der CEO dieser Organisation, Elon Musk, scharf kritisiert und gesagt, es sei zutiefst beunruhigend, dass der Eigentümer von Twitter bzw. X ein bestimmtes Hashtag unterstütze, während er gleichzeitig über eine unbegründete Klage gegen die Bürgerrechtsgruppe nachdenke. Welch Ironie kann ich da nur sagen? Und was macht der Vorsitzende dieser Organisation als nächstes? Er sammelt Gelder, um gegen Elon Musk vorzugehen. Ein Nutzer schreibt, unglaublich, diese Organisation hatte gerade einen Brief verschickt und um Spenden gebeten mit einem Button, damit die Leute direkt spenden können. Der Grund sei X bzw. Twitter. Dabei wird angedeutet, dass Elon Musk ein Heuchler sei und dass diejenigen, die sich dieser Organisation entgegenstellen und dann kommt das übliche Sprech, um Menschen in eine bestimmte Ecke zu stellen. Der Nutzer schreibt, dass diese Vorgehensweise einfach widerlich sei. Und das zeigt, wie ich das auch schon in anderen Videos dargestellt hatte, wie groß der Einfluss von Nichtregierungsorganisationen auf Nationen, Regierungsorganisationen wie zum Beispiel das Bundesinnenministerium Deutschlands oder auch Österreichs, dann auf Politiker, Unternehmen usw. ist. Und das zeigt auch, dass sobald man nicht einer bestimmten Richtung folgt, sie sofort versuchen, diese Personen wie Elon Musk und andere kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen und diesen zu schaden.